Oder, ey, pass auf, ich hab noch eine Idee, ich hab noch eine Idee, komm, warte, pass auf, pass auf. Es sieht noch einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Oh, der aber, da spiel ich mit der hier gerade, oder? Wir haben Level Up. Oh, ich habe Level Up, genau. Ja, ich habe nur einen Punkt zu verteilen, das reicht leider nicht für nichts. Explosivhammer, warte mal ganz kurz. Wie geht denn der? Wo soll das jetzt hin? Hier? Ne. Ah, weißt du, was du mir wegnehmen kannst, Bruder? Ich weiß gar nicht, wo wir das hinlenken müssen. Bruder, du kannst mir ein Explosivhammer wegmachen, äh, weil den brauche ich nicht. Okay, warte mal. Ansonsten, ansonsten brauche ich alles, bis auf den... Ist das jetzt richtig? Oh, ist... Ich bin gesprintet und hab die beiden zusammengestülpt, ist ja cool. Explosivhammer brauchst du nicht, ja. Oh, ich hab zu oft Schiff gedrückt. Ich kauf gerade mal den ganzen Kram für euch. So, wunderbar. Oh, Mist, für so'n explosiver Pfeil fehlt noch ein bisschen was. Bruder, guck mal, was ich gemacht hab, ohne deine Hilfe. Ich hab die ganze Zeit absolut Dinge gemacht, keine Ahnung. Was sollen wir überhaupt hier machen, wisst ihr? Habt ihr da einen Plan? Ich komm ja noch nicht mal rüber, ich bin nur gesprint... gesprintetten. So, jetzt. Ah, ich guck mal noch was, Bruder, vielleicht müssen wir die so zu... Hier, die müssen wir schon zusammen, dass die, äh, weißt du, so ein Imdalf. Oh, guck mal, wie viel das ist. Ah, warte. Ein Job für mich. Wo ist denn jetzt eigentlich die, die, äh, hier, Zahnstocher-Schmeißerin? Okay. Geh weg. Ja. Ist immer ein Weg hier. Was? Ich steh doch nur hier. So, warte. Guck mal. Ah, das sieht doch nicht gut aus. Nee. Wieso den Noppen oben? Ach nee, das klappt nicht. Geh weg, du kriegst Soja nicht. Hä? Bei mir stand gerade, Cy wants to change into Soja. Nix da. Ich hab da da ne Scheuer. Das ist meine Biatch. Wie? Wie viel Zeit man denn? Geräusche. Das Geräusch ist so toll. Jetzt krieg doch mal was hin, komm, ich helfe dir. Warte. Ja. Ja. Und jetzt? Keine Ahnung. Nö. Ah, guck über das. Hier, siehst du? Hier. Versuchen jetzt. Ja, was Ayola sagt schon. Versuchen wir jetzt. Versuchen wir jetzt. Ja, Miss IQ mal wieder. Was ist das jetzt? Versuchen wir jetzt. Versuchen. Ah, leuchtet. Wacht, wacht, wacht. Oh. Oh. Was ist jetzt los? Uh, das war so süß. Und da ja, Baby. Schenke Danny, Baby. Schenke Danny, Baby. Ach das, dann brauchen wir's fassen, oder wie? Hey. Ah, ha, ha, ha. Jetzt? Jetzt sind wir. Jetzt müssen wir eigentlich mal rüber, aber... Oh, nein. Nö, ich schieb's mal drüber einmal. Ja. Warum mit Magie, wenn man's auch mit Kraft machen kann? Boah. Stopp. So, wie machen wir das jetzt? Muss ich da... Komm, ich bin an der Plattform, der fließt hoch. Fertig, aus die Maus. So, vielleicht jetzt Wasser wieder hoch machen? Und gedruppt, äh, gelutscht ist der drauf. So rum. Hö! Muss ich machen. Sind ein bisschen hoch, am liegen Sie oben. Ist gut. Guck mal, ich glaub, das kann ich kaput... Das wird nix, das wird nix. Wenn ich das hier mache. Aaah, ich hab's kaputt gemacht. Oh Gott! Pass auf mich! Ich mach ihn beschützen! Habt ihr auch nen Checkpoint gekriegt? Ja! Ja! Ok! Ich dachte mir schon, ich komm sonst hier nie um! Wow! Ja! Da war ich dieser! Demo das und dieser! Oh! Oh! Woah. Ich hab nie gehört, nein! Wow Spidey! Who's that daddy? Muss ich Monster limitieren lassen? Ist voll lustig! Ich hab die Alle kaputt gemacht! Gar nicht! Was du da gerade machst ist fess! Guck mal, was jetzt passiert mit Cyrex! NOTHIN' Hab I shill NOTHIN' Schick die Telly, Baby! Oh Gott. Was ist das denn hier kaputt machen? Und ich kann was lesen. Liebe Rosi, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden, Isabel. Hä? Ja, das hat die Alte vertellt, da kann ich nichts für. Ich halte Bula einfach jetzt auf, wenn er hier springen will, dann kriegt er ein Schild, das ihr seht. Ich springe nicht, ich fliege. Ich nehm die Tiere. Siehst du was ich vorhabe? Ich kill dich, ey. Oh, guck mal, da ist jeder so fest. Was ist das denn für ein Ding, guck mal das produziert zu grün. Lauf mal gegen, dann geht das kaputt. Aua, das tut weh. Da ist noch mehr, guck mal. Aber nicht dagegen laufen. Warte. Ach so, ja. Nein, du äh. Ne, lass mal das, da ist überall. Ja. Schön, Meister Ege da. Du, 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 Meister Ege. Ihhh, die sind ekelhaft, die Filze. Ja, die Filze sind ekelhaft. Ja. Was macht es da? Nein, hier ist ein Auge, worauf ich einschlage. Ah, ich wollte doch noch gar nicht so weit. Der ist nach lange verlorenen Schätzen in einer Floake voll mit diesen Dingern. Nein. Der dumme Ritter macht sich wieder Unsinn. Ich hab mir gerade einen Monster bekämpft, lass mich in Ruhe. Da war ein riesen Tentakel in den Augen. Ich stand jetzt hier und mach mich eine Zigarette. Auch ein Händler. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich werde mich stellen von euch beiden eine Zigarette. Soll ich euch auch eine machen? Nein, ich will keine. Oh, hier, Zaiola wird nicht... Oh nein, was ist das für ein Ding? Was meine ist das hier? Du musst auf das Auge einbrechen irgendwie. Das hatte ich gerade auch gemacht. Da ist irgendein Tentakel mit Auge, gell? Kann ich nicht. Ich kann auch nicht brechen. Na warte, dann bin ich gleich da und dann mache ich das. Das war knallhart, ey. Ja, das Ding bin ich nur so behindert. Ich bin ein Kriegermann. Nein, Todmann. Check it daily, Baby. Ich krieg das. Alles kaputt. Yeah. Ich warte. Hey. Guck mal. Hey. Das ist eine Sauer. Nein, lass mich jetzt durch. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Alles gut. Das macht das Ding der Sache. Versuch mal draufzuspringen. Das sieht aus wie ein Platz von der Arm. Ich kann doch eh nichts machen. Ich bin aufgeschmissen tot. Du sollst ja auch deine Plattform benutzen. Okay, dann alle tot. Check it daily, Baby. Ich geh mir kurz runter und du gleich wieder her. Ich bin wieder da. Ich bin auch gleich tot. Ich bin tot. Du Held. Ich nix hören. Das war immer die Frage. Das war damals immer die Frage bei W&W. Wir brauchten einen Int-Bub. Ich schätze, Krieger mal hier. Ja. Ja. Intelligenz. Das ist für Krieger manchmal gar nicht das Schlecht, oder? Nee, hab ich das ja mal gesagt. Weil ich war sowieso immer einer von denen, der greift noch nicht an. Wir müssen alle da sein. Ah. Ach ja. Ach ja. Sag das Auto. Ja, 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 ja. Okay, das fehlt einem sofort. Das Ding. Ihr seid schon ein bisschen schlecht, oder? Ja, boah. Dein Gesicht ist schlecht. Ey, ich finde das letzte Woche was anderes gesagt, ne? Das ist noch widerlich, jetzt ist es nur schlecht. Das war alles kaputt, Digga. Nein, du hast nicht geschubst. Du hast nicht geschubst. Wir sind doch nicht geschubst. Wenigstens können wir wieder verleben in der AG. Wir sollten zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. So, ich bin oben. So, erwischt. Ja, mach's mal, sinnvolles, außer erwischt. Jetzt stirbt die, weißt du? Wenn wir Pech haben, sind die ganzen Aufnahmen hier für den Eimer, ne? Weil der Sound ist sehr, sehr laut gerade. Ach, Quatsch. Das ist Quatsch. Scheiß Plattform, bleib doch mal so. Ja, ihr seid leider die Einzigen, die hier was machen könnt. Ich hab's erwischt, kaputt, tot. Oh, ich kann euch hier rüberheben. Hab's geschafft. Ey. Esther, was ist los? Feiert mich. Komm jetzt bitte alle feiern. Oh, guck mal. Das sieht wie einer von Rosabells Spiegel aus. Oh, yeah. Rosie, wo bist du? Hier. Isabel? Prinzessin, komm sie zurück. Ja. Folgen wir ihr. Ich hab hier, find ich. Oh. Haha, das war ich. Schon wieder. Feierabend. Hast du etwa gepupst? Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabells Spiegel. Oh. Ist das gut. Ist das gut. Jetzt gib mir den Trine. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Na. Das tut mir echt. Der war noch nicht mal gemerkt. Das tut mir leid. Nicht mal gemerkt. Nein. Ich wollte gerade was sagen. Auf einmal kam er. Schau mal, ich kann einen Rennen auf Dings machen. Ich fürchte, das geht nicht. Komm eins an. Ich kann doch das ... Du bist in dem Trine. Jetzt die mich es, oder? Ohje. Hier habe ich es, äh, alleine herausgefunden! confessed ich bin am gefunden. Ich gebe Perold. Da steht doch was. Da steht doch KneXT. Wie many? Ihr kommt niemals raus, das nicht Frau sich, solange ich euch wele. Wer muss uns außer sicht gehen? Ja. Guck mal, ich kann dich hoch Schiefn. Ich kann Rennst du gut. Wir müssen unsichtbar machen, während wir hier, was wir stecken können. Genau, genau, genau. Hilfe, wir haben Hunger. Ich weiß auch nicht. Oh, Moment. Du hast aufs Umschalt gedrückt. Warte mal, muss ich gehen? Ach so, wenn man so oft umschaut, dann wird da immer dieses Festfallblings aktivieren, oder? Dann macht er mal blubbeln. Hallo, Computer? Ja, da musst du Nein drücken. Ja, Moment. So. Ja, Mann. Du siehst nix. Warte mal. Mit Feuerlaufen kann ich gar nix machen. Wow, wow. Nee, da geht gar nix. Ach so. Ich hab dich aber oben. Ja. Ist da was? Hey, aua. Er schießt mit nem Feuerfeil auf Feuer. Ja, genau, 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 genau. Ups. Oh. Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich von dem Kreis spielen. Hat keiner zugehört? Ja, der sagte, solange ich euch seh, lass ich euch nicht raus. Ja, wie, w-w-w-was soll ich denn machen? Ich bin nun mal dick und ich glaube, ja, warte mal, wenn er das Ding aufmacht, vielleicht einen Pfeil geschießen. Das ist so, wenn du näher rangehst. Wenn du näher rangehst, geht er dich ja nicht mehr. Wie macht er das? Vielleicht müssen uns alle einfach nur vor die Tür stellen. Nee, guck, da macht doch die Luke wieder zu. Ah, da kommen alle hier. Ich sag doch, jetzt macht er so auf. Kann man da oben nicht rein jetzt? Nee, der macht so andere drauf und zu. Warte mal. Aufmachen! Komm mal hinter die Kisten. So, jetzt dürft ihr uns ja nicht sehen. Aha. Äh, das Ding ist durchsichtig. Ist doch egal. Machen wir mal die Wand davor. Fjung, ne Wand. Weiß dir doch nicht. Okay. Ich würd sagen, game over, ha? Krass, auch anders machen wir so auf. Machen wir den Scheiß hier weg. So. Mach die Tür! Warte, sie? Nein. Moment mal, gibts... Das bringt's auch nicht. Hm, warte mal. Aber das heißt ja, dass diese... Drei-Meter-Frau doch böse ist. Ja gut, die will halt was schwein, ne? Hm. Was schwein. Stopp, war's richtig in der Kiste. Wir müssen uns direkt in der Kiste verstecken, aber... Und, äh, äh... Hier, Layola kann sich da um sich voran bewegen. Das bringt ja nichts. Irgendwas... Ich hab nicht zugehört, das ist mein Problem. Warte mal. Ich geh pinkeln und ihr überlegt, okay? Toll. Ne, ich warte noch. Warte mal. Warte mal. Hier oben sieht's... Wirkt das was, wenn man da rüber kann. Heb mal mit. Ne. Ne, hier, komm. Rechts. Wo willst du denn? Links. Ne. Ach, Mann, oh... Jetzt dürfen wir auch noch denken. Das würde jetzt alleine passieren. Die sind ja nicht so schlimm, aber sind die Witz. Dieser Schub. Ich hab mir weh getraut. Ich hab mir schon so einen Let's Plays. Warum? Ich hab mir irgendwie wehgetan. Ne, ich glaub wirklich. Wir müssen alle zurück. Unser Ulla muss dann durch die Luke schießen oder so. Aua. Okay, ihr probiert wie gesagt echt den... Wurzalfk! Jetzt? Genau. Das Griechen schießt auf jeden Fall raus. Bin sofort wehgetan. Bin sofort wehgetan. Mh, irgendwie... Hallo! Wieso... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Sie guckt auf der Wand hoch? Wann spürt sie dies? Hm. Das ist die Frage, ne? Warum? Warum sieht sie das? Darum ist doch nix. Nein, nicht mehr. Die ist komisch. Äh. Die ist komisch. Äh. Und wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr so eine... Von deinen Küsten... Großauer ne? Und euch dann... Da so randpinscht... Und da oben drauf stellt... Dann sieht der euch ja nicht. Moment, du hast doch Feuerfalle. Die vielleicht irgendwie das Eis wegschießen? Ja, genau her. Über den Seinen. Ja. Dann kann man natürlich... Okay. Wollen wir... Die Kisten kann man da ja so drauf stoppen. Wollen wir erst mal pausieren? Oder bis wir weiterkommen? Ja. Ja, das eben... Pausieren. Vielleicht sollten die Helden Sojas Vorschlag folgen... Und sich hinter dem Tor vor dem Kobold verstecken. Na komm, dann gehen wir alle mal ins Tor. Hinter dem Tor. Habe ich doch eben gesagt, oder? Soja hat's ja gesagt, ne? Hm. Ich dachte eher so, dass man ähm... Warte mal. Ja, ne Roks, viel Spaß. Soja, who wants to change your character? Ja. Gib mir mal eben ganz bisschen Magier. Ne, warte, ich glaube ich höre so. 1 Sekunde. Ja, und dann so jetzt einfach drauf stecken. Aua. Wie drauf stecken. Das ist wie nach oben hin. Die Kisten nehmen, die hier. Nehmen und da drauf stecken. Das geht. Wie geht's? Einfach jetzt ran. Zack. Und jetzt müsst ihr da irgendwie hochkommen und ich habe mich unsichtbar. Ne, warte mal. Geht mal kurz runter von der Kiste. Jetzt geht er drauf. Ey, sie kann sich auch unsichtbar machen. Kästentaxi. Unsichtbar. Ja, das hat D. So. Und jetzt mach ich einen auf Babook. Der kann schon gespug sehen. Hey. Auge. Oh. 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 und wir müssen herausfinden was mit rosabelle und ihrer schwester los ist diese isabelle lässt die bäume ja wachsen warum sollte sie so etwas tun vielleicht ist sie eine böse kichernde hexe die verrückt geworden ist aber es war doch große weil die sie aber prinzessinnen sie sollten sich nicht gegenseitig an den haaren ziehen nein nein könig schaue ich will der krone zerstören ding da oben ja das ist war dann ja und sie muss erst mal aber warte mal was werfen vorsicht kaputt so runter lassen jetzt muss sie über das team mal rüber und dann kannst du das oben aufhalten oder so ja siehst du darfst schon mal nicht so gut da hat jemand da hat jemand das essen gegen dings getauscht die schicht noch mal hoch und schuss und schüsse und die die eine noch mal und das das nicht nicht nein Nein! Jumping-Thema-Skrups ist ein serious business. Ich weiß jetzt, wie ihr oben seid. Macht keinen Sinn, wenn wir mal ab einmal hobsen. Oh, 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 oh! Oh, God! Oh, God! Letzten werden die ersten sein. Na, kommt ihr? Na, hau'n der Ding auf'n Kopf! Gott, mach dich! Okay, ist da noch was? Dann kommen wir da oben. Ja, da ist das. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen, wie hinterm ist die Erde. Aua! Da, 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 da! Ich komme! Boxt, tschuldigung, ich dachte, keine Worte.